Mehr als zwei Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine hat der Kreml erstmals offiziell eingeräumt, dass sich Russland im Krieg befindet. Wir sind im Kriegszustand. Ja, es begann als eine spezielle Militäroperation, aber sobald diese Gruppe gebildet wurde und der kollektive Westen ein Teilnehmer auf der Seite der Ukraine wurde, wurde dies zum Krieg für uns, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Beskov in einem Interview. Als Kriegsziel gab er die komplette Befreiung der vier Regionen Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Kherson aus, die das Land vor eineinhalb Jahren völkerrechtswidrig annektiert hatte. Weil es der Ukraine akut an Waffen mangelt, konnte Russland in den vergangenen Wochen Fortschritte an der Front verzeichnen. Dennoch ist es weit davon entfernt, diese vier ukrainischen Regionen komplett zu beherrschen. Beskov stellte auch neuerlich die Existenz der Ukraine infrage. Russland könne die Existenz eines Landes an seinen Grenzen nicht erlauben, der bereit sei, alle Mittel einzusetzen, um die Halbinsel Krim einzunehmen. Die ukrainische Halbinsel war vor genau zehn Jahren handstreichartig von Russland eingenommen und annektiert worden.